Was ist der Unterschied zwischen Helge Lindh und Helge Schneider? Nun gut, Helge Schneider, der hat sein Act, seine Nummer einstudiert. Der ist unglaublich talentiert, der ist sehr, sehr intelligent, der kann richtig was. Bei Helge Lindh, bei dem kommt das alles automatisch. Das, was so unbeholfen und dummerhaft und blöd wirkt bei Helge Schneider, das kommt bei Herrn Lindh ganz, ganz automatisch. Das kann der, der ist so geboren. Und damit ist er für mich der typische, typische Abgeordnete der SPD. Das sind alles so Comedy-Nummern, die urplötzlich in der Politik auftauchen, von denen hat vorher noch keiner was gehört, außer Mama und Papa, und die terrorisieren dich dann von Berlin aus.